Drei Sprung Bauen Sie links vom Tor drei kniehohe Hürden auf. Rechts neben dem Tor errichten Sie eine Anspielstation. An beiden Stationen warten maximal fünf Spieler. Im Tor bauen Sie Zieltore mit Hütchen auf. Der erste Spieler springt beidbeinig mit jeweils einem Zwischensprung über die Hürden. Dies führt er zweimal durch, das heißt nach seinem ersten Durchgang sprintet er schnell zurück und startet erneut mit dieser Aufgabe. Nach einem kurzen Antritt zum Wendehütchen bekommt er einen Ball flach zugespielt, nimmt diesen an und schließt mit einem Torschuss auf eines der Zieltore ab. Danach tauschen beide Spieler ihre Aufgaben. Goldstein Bis zum nächsten Mal. Variante. Die Spieler springen jetzt zweimal direkt über die Hürden, also ohne Zwischensprung. Nach dem kurzen Antritt wird der Ball kurz angenommen und bevor der Spieler schießt, führt er noch den Trick ziehen Fußwechsel durch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Variante. Jetzt werden die Hürden seitlich übersprungen. Auch jetzt springen die Spieler zweimal über die drei Hürden und tauschen dabei die Seiten. Der Rest der Übung wird nun nicht verändert. Der Rest der Übung wird nun über die Hürden seitlich übersprungen. Der Rest der Übung wird nun über die Hürden seitlich übersprungen. Der Rest der Übung wird nun über die Hürden seitlich übersprungen. Der Rest der Übung wird nun über die Hürden seitlich übersprungen. Der Rest der Übung wird nun über die Hürden seitlich übersprungen. Der Rest der Übung wird nun über die Hürden seitlich übersprungen. Der Rest der Übung wird nun über die Hürden seitlich übersprungen. Der Rest der Übung wird nun über die Hürden seitlich übersprungen. Der Rest der Übung wird nun über die Hürden seitlich übersprungen. Die Hürden seitlich übersprungen wird nun über die Hürden seitlich übersprungen.